hallo ist jemand deutsch sammelt 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 damit bist du deutscher echt name also quasi der fußballspieler oder was junge nein 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 nicht mehr der fußballspieler der pilot ach so digger sammelt was ist das eigentlich für ein name bist du dann mit deinem kopf auf die tastatur geklatscht oder was hat man deine mom ich soll mal meine mom fragen hey wie jetzt also bist du quasi mein bruder oder wie oder warum hat ihm eine mutter seinen namen gegeben verstehe ich jetzt nicht ganz das macht ja keinen sinn ein bisschen den die birne anstrengen oder was ich habe keine birne also bei mir ist obst im haus hey man jetzt bin ich gestorben du loser du hast ja und ist gar jung ist sehr klar dass du dann nicht stirbt nein das ist eine pistole oder eine schrotflinte sniper schrotflinte mein schwanz alter also ich weiß nicht und schweiz ist bei dir neu oder ohrenschmalz wie kommt irgendwie nix an wie den ohrenschmalz ich habe mal ein bisschen gurkenwasser im kopf aber sonst alles in ordnung auch sammelt niger was soll das warum stirbst du du hast schon gelingt wollen wir noch mal eine runde zusammenspielen gucken wir mal wer der bessere spieler von uns beiden ist komm ich sende eine freundesanfrage ok nicht dass ein virus auf meinem account kommt ja ich sende jetzt eine ok dann spielen wir mal keine runde so kleiner voll ein richtiger allmann bin ich oder ja so dann kommen jetzt rein in meine party meine gay party na alles klar bei dir so tomatenkopf ok dann spielen wir jetzt eine runde junge let's go korrekt digga stabile seitenlage bruder bist du ein pineapple fruit dude kleiner ananas kopf wenn du verstehst wie ich mein komm du pro lasst mal danke dass du mich pronens der gleich für mich geschmeichelt sowie schmeichel der torwart kennst du den nein erst mal ein bisschen gurkenwasser geschlüffelt junge ja damit kennst du dich aus oder das war aber lecker wir fliegen nach gefängnis junge da ist richtig gefährlich ich bin besser als dieser aporide digga kennst du den kenne den ersten bis jetzt tisch der ich bin breiter als der türsteher dicker haha du kleiner rülpsi junge hör auf damit das ist ja eklig du schwein youtube kanal habe ich schon abonniere mich mal ich habe nur das was mir gefällt aber dann habe ich bald schon irgendwann die 100 abos vielleicht alter du saumann hörst du viel deutsch rap und was hörst du da so immer was für rapis ach so helene fischer alter hör doch mal auf jetzt man das ist ja mal voll widerlich alter du hast ja wohl alle latten am zaun junge meinst du wir holen jetzt den epischen also mit mir als deinen team kamerad kannst du nur den epischen holen habe ich gemerkt dass wir vier mal gespielt ja quasi wie quasi mode haben wir gewonnen dann bist du eigentlich auch ein flat offer was ob du ein flat offer bist ob du denkst dass die erde eine scheibe ist stark 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 nicht schlecht digga muss ich zugeben du bist echt heftig digga kann es sein dass du irgendwie diese app red ist nein oder ja du schwein mach mal so ein richtig lauten rülpsi ok machen muss ich inhalieren mach mal jetzt das war ja gar alter hau mal jetzt zum richtigen giganten rülpsi raus alter ich mein ernst du hast eigentlich schon talent ne mach nochmal einen fetten rülpsi also einen richtig richtig fetten ja ich werde davon ganz wild ich werde davon ganz fuchsig ich glaube ich habe dafür so einen kleinen fetisch oder was meinst du ja kann sein hier ist ein automaten goldener komm mal her 300 eisen nur für eine scar voll verarscht junge ja das ist dies gar ich habe grad so ein forts gelassene geil oder hey digga habt ihr nein digga ja hier ist noch so ein blauer heim der hat kommen auch leben jungen stark soll richtig hochladen auf youtube also wie gesagt mir ist egal ok dann mache ich ok nimmst du das mit humor oder nicht ja ich habe auch so gesagt kann du machen was du willst du bist wenigstens korrekt digga ehrlich so leute ihr wisst auf jeden fall was zu tun ist bewerten und kommentieren nicht vergessen bei 2000 likes kommt direkt das nächste video schreibt mal hashtag rülpsi in die kommentare wenn ihr bis hierhin geschaut habt und dann würde ich sagen teile moeis